Ein Ehepaar wurde erschlagen und verstümmelt. Das war Hass. Hass, einfach Angst. Die Verletzten waren Derek Asim und seine Frau Nancy. Unter Tatverdacht nicht nur die Tochter des Paares, sondern auch deren Freund, ein deutscher Diplomatensohn, sein Name Jens Söring. Die beiden waren ein schreckliches Puzzle, das zusammenfällt. Die beiden waren zuerst mit uns, die waren zwei Ziele in der Tatverlzeit waren. Die beiden waren zwei Ziele, Die waren zwei Ziele, die waren zuerst, die haben auf sich. das war Elisabeth. Sie sagten, ich habe meine Eltern. Die nächsten Tag, sie sagten, es war Jens. Er sagte, ich habe meine Eltern. Sie lieben. Dann, sie zurückgekehrt wieder. Und so sie beide lieben, aber wer ist jetzt und warum? Ich dachte, ich täte das Richtige und habe etwas sehr Falsches getan.